Herzlich Willkommen zu einer neuen Geschichte aus der Kaufmann und der Papagei. Das wunderbare Geschichtenwerk von Nosrat Peseshkian, das dieses Jahr 40 Jahre alt wird und das das Leben vieler Menschen bereits in den letzten 40 Jahren revolutioniert hat. Und so, denke ich, kann man durchaus sagen, dass Nosrat Peseshkian auch ein Rebel at Work war. Die Geschichte, die ich heute lesen möchte, heißt Der Gelehrte und der Kameltreiber. In einer Karawane, die durch die Wüste zog, befand sich ein gelehrter Prediger, der so klug war, dass er 70 Kamele mit sich führte, jedes bepackt mit schweren Kästen. In den Kästen befand sich nichts anderes als die Bücher des Gelehrten über die Weisheiten der Vergangenheit und Gegenwart. Und die Menge dieser Bücher war nur ein kleiner Tropfen des Wissens, das der Prediger in seinem Kopf herumtrug. Mit der Karawane zog auch ein armer Kameltreiber, von dem bekannt war, dass er glaubte, der letzte Iman, also der neue Prophet, sei gekommen. Klar, es musste so kommen, dass der Prediger eines Tages den Kameltreiber zu sich rufen ließ. Du weißt, wie ich unter den Gelehrten unseres Landes und der ganzen Welt bekannt bin. Du siehst die 70 Kamele, die nur einen Schatten meines Wissens mit sich führen. Wie kommt es, dass du, ein einfacher Kameltreiber mit zerlumpten Kleidern, der du noch nicht einmal die einfache Kunst des Schreibens und Lesens beherrschst und noch nie eine richtige Schule, geschweige eine Akademie besucht hast, zu glauben wagst, der letzte Iman sei gekommen? Der Kameltreiber stand bescheiden vor dem vornehmen Herrn, verneigte sich höflich und begann, Effendi, Herr, ich hätte es nie gewagt, vor dich zu treten und meine dürftigen Worte an dich zu richten. Aber nun hast du mich gefragt. Ich darf versuchen, das, was ich denke, mit einem armseligen Beispiel zu zeigen, Herr. Du verfügst über wunderbare Kostbarkeiten des Wissens, die ich mit den glänzendsten Perlen des Meeres vergleichen möchte. Diese Perlen sind so kostbar, dass sie in weiche Samttücher gehüllt in einer kunstvoll verzierten Truhe aufbewahrt werden müssen. Mein Wissen dagegen ist wie diese gewöhnlichen Steine, auf die unser Fuß in der Wüste tritt. Doch denk dir, die Sonne geht auf, sie sendet ihre Strahlen zu uns. Herr, meine Frage an dich, wer nimmt die Sonnenstrahlen auf und spiegelt ihren Schein? Deine kostbaren Perlen in ihren Gefängnishüllen oder meine dürftigen Steine am Rande des Weges? In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderbaren Tag und glaubt an das, was ihr tut. Nehmt die Sonnenstrahlen auf, auch wenn sie heute etwas dürftig sind und spiegelt sie wieder. Strahlt! Und seid Rebels at Work! Ich freue mich drauf, wenn ihr morgen wieder zuschaltet bei einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei. Bis dann!